Hier sind Anita und Alexandra Hofmann. Jetzt oder mich! Noch gar nichts ist passiert. Ich sollte langsam sehen, dass ich in die Gänge komm, auf in die Flucht nach vorn. Das Glück gibt dem, der was riskiert. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang soweit. Jetzt oder nie, ich lebe heut, das ist die Gelegenheit. Hab schon viel zu lang gewartet, hab geglaubt, ich weiß nicht wie, doch keine entwand, sondern heute und hier. Jetzt oder nie. Einmal kommt der Tag, an dem ich das bereuen wird. Was ich tun wollte, aber niemals hat. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang soweit. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang gewartet, hab geglaubt, ich weiß nicht wie, doch keine entwand, sondern heute und hier. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang soweit. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang soweit. Jetzt oder nie, mit höchster Zeit, bin schon viel zu lang gewartet, hab geglaubt, ich weiß nicht wie, doch kein irgendwas, sondern heute und hier. Jetzt oder nie Doch kein Irgendwann Sondern heute und hier Jetzt oder nie Die Geschwister Hofmann Anita und Alexandra Hofmann